Die Bibliothek erklärt ihre Angebote für Schüler. Das ist Emma. Emma ist Schülerin und besucht ein Gymnasium in ihrer Stadt. Bald muss sie ihre erste Facharbeit schreiben. Emma hat zu ihrem Thema schon ein bisschen im Internet recherchiert. Ihr Lehrer hat aber gesagt, dass sie auch in die umliegenden Bibliotheken, zum Beispiel die der Fachhochschule Südwestfalen, gehen soll, um die Bücher dort zu nutzen. Aber darf sie das denn so einfach? Sie studiert ja noch gar nicht. Emma ist ein bisschen nervös, als sie die Bibliothek betritt und die Bibliothekarin um Hilfe bittet. Sie erklärt Emma, dass sie alle Medien in der Bibliothek nutzen kann. Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, aber auch E-Medien. Dazu muss Emma sich über das Nutzerportal in CAI einmal kostenlos anmelden. Weil Emma noch nicht 18 Jahre alt ist, braucht sie dafür eine Einverständniserklärung ihrer Eltern. Nachdem sich Emma angemeldet hat, erklärt die Bibliothekarin ihr das Angebot. Die FH Südwestfalen hat Bibliotheken an vier Standorten, in Hagen, Iserlohn, Meschede und Soest. Emma kann die Bücher aus allen vier Bibliotheken kostenlos bestellen und nutzen. Die Recherche funktioniert über den Online-Katalog CAI, in dem alle Medien der Bibliothek zu finden sind. Wenn Emma in der Bibliothek recherchiert, hat sie sogar Zugriff auf elektronische Medien wie E-Books, E-Zeitschriften und Datenbanken. Darauf kann sie mit ihrem Smartphone über den WLAN-Zugang zugreifen. Das große Angebot an E-Medien ist eine sehr gute Ergänzung zu den gedruckten Büchern aus der Bibliothek. Emma ist froh, dass sie in der Bibliothek so gute Unterstützung bekommen hat. Sie hat viel Literatur zu ihrem Projektthema gefunden. Wenn sie später mal studiert, denkt Emma sich, wird sie hier gern ihre Zeit verbringen. Gehst du wie Emma noch zur Schule? Möchtest aber die Bibliothek der Fachhochschule nutzen? Komm vorbei, wir helfen dir gern. Infos findest du auf unserer Homepage. Die Bibliothek hilft.